Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, genau, das ist mein Pack und ihr könnt es gerne mal downloaden. Und ja, ich möchte mich eigentlich nur bedanken für das letzte Video, nein, vorletzte Infovideo. Vielleicht habe ich hier mal eingeblendet. Vielleicht, ich weiß natürlich nicht. Gut, wir spielen gegen Falke YouTube und werden mal schauen, was da so alles ist. Ja, dieses Daumen abwählen war mein Lega Schmeller. Lega Schmeller. Ja, ich hatte gesagt, dass ich meistens von einem neuen Projekt was bringen will. Aber, also. Ähm, aber, ähm, ja, wir spielen jetzt mal runter. Aber, sie haben mich irgendwie in der Wordlist nicht oder haben mich in der Wordlist. Ich habe keine Ahnung für den Server und so. Und, ähm, ja, das heißt, ich kann nicht mehr drauf spielen. Was dann auch bedeutet, dass ich keine Videos aufnehmen kann, ist ein bisschen dumm. Aber, ja, das weiß ich. Und, ja, also, falls ihr das Video seht, äh, ihr könnt mich da gerne auch so weiterlässt oder so rausnehmen oder reintun. Also, keine Ahnung, ich zeige es immer noch nicht. Ähm, ähm, und, äh, ja, das würde mich auf jeden Fall freuen. Da laufe ich halt runter. Ich, ich, ich bin es halt. Ich bin... Oh, oh, dann bin ich tot. Ja, ne, 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 ne. Und, ja, mein, ähm, und ich würde sagen, äh, wir sehen uns dann in der nächsten Runde. So Leute, hier werden wir auf jeden Fall in der nächsten Runde und, äh, funki Youtube natürlich. Er ist leider nicht, ähm, etwa chips für den Sonnen. Äh, äh, ehe. auf jeden fall ja ich möchte mich wie gesagt bedanken für das info video dass ihr so viele kommentare geschrieben hat dass er auch der stück ist wie es die kommentare geschrieben hat und das hat mich auf sehr gefreut und deshalb könnt ihr auf jeden fall weiter zu machen und ich laufe auch ich laufe auch runter ja hier werden wir halt wieder so wieder da kommt er ins fall im die in in st ist erst so nicht kannst du nicht und da hat ein städtchen ja ein bisschen nur ein bisschen wo auch bald geht es doch nicht mehr machen das darfst du nicht mehr machen in den dämpchen in den dämpchen Paktik steht Leute mehr ich hab's und schocken mein Leben Kassierstuhl Prozent hier sehen wir auf jeden Fall wieder in der nächsten Runde und Falki Falki gerne das was mit diesem Video ist er bei der Sitzung beim Zuletzmann lassen Leute, das ist Navda und ciao!